Ja, liebe Hüttefreunde, Wad läuft ab dem Bauerhaus, ich heute Samstagmorgen. Ich reinige da meinen 311er. Der geht Montagmorgen in den grossen Service. Bleibt zwei Tage in der Werkstätte. Viertausende Service muss ich machen. Da werden alle Öle gewechselt. Alles kontrolliert, überprüft. Ja, würde mich interessieren, an alle Fendt-Fahrer macht ihr die Service auch exakt. Und sind die in Deutschland auch so teuer. Ein 4000 Stunden Service wird mich ziemlich viel kosten. Ich denke, geschätzt 1500, 2000 Franken. Wir werden ja sehen, ich sage es euch dann. Was er schlussendlich gekostet hat. Ich hatte auch keine Zeit, mit in den Service zu fahren. Ich habe mittlerweile 4200 Stunden drauf. Aber jetzt muss es unbedingt gemacht werden, der Service. Ja, zuerst habe ich den da innen ein bisschen rausgereinigt. Jetzt kommt die Außenreinigung. Ich habe da so einen Sprühäzter mit einem Schnellreiniger rein. Und wasche ihn auf meinem Hausplatz, dass er einigermassen sauber Montagmorgen in den Service geht. Also, ich habe das alte Fendt. Schnell, schnell, schnell. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Mit dem Motorrad im Jura auf 1000 Meter. Hier ist ein Pass-Übergang. So, wieder auf einer Höhe oben. Mein Yamaha muss da nachkühlen. Ich konnte da nur im Schritt entfernt von einem Feldweg fahren. So, und jetzt Palmberg Pass Höhe. So, wieder auf einer Höhe oben. So, wieder auf einer Höhe oben. So, wieder auf einer Höhe oben. So, weiter auf einer Höhe oben. So, weniger die Höhe oben. So, wieder aufhörter. So, wieder auf einer Höhe oben. K Ding. Vielen Dank.